So, Freunde, machen wir mal wieder ein paar Packs auf. Wir haben zwei seltene Goldspieler back. Gucken wir mal, wer da so drin ist. Und hier. Der deutsche Torhüter. Und zwar Leno. 83er Wertung Arsenal. Sehr gut. Weil ich Torhüter echt überall angebaut habe. Dummfries. 82er Wertung. Dann... Genutzt. Ah ja, ich habe jetzt auch mal Gold-Vorschau gestern mal benutzt. Äh. Gucken wir doch mal wieder hier in das Silverpack rein. Der Suche nach Badaborn an. So, wir sehen. Da haben wir... Dass die Karte schwarz ist, ist irgendwas Besonderes, aber... Ganz gecheckt habe ich es immer noch nicht. Donati. Ah, da ist Uwe Hünemeyer. Ja, da muss ich das Pack auch kaufen. Wobei Hünemeyer habe ich ja schon, ne? Das wäre ein Duplikat. Ausgerechnet den Hünemeyer kriegen wir dann doppelt. Ich kaufe das Pack trotzdem. Kann ich Hünemeyer doppelt behalten? Der Rest ist aber auch nicht schlecht. Donati, Soho, Abel, Braga, Spielerverträge, Neuseeland, Derby County, Sanfretti, Hiroshima, Clemenfurt, Sydney FC. Ja, ausgeendet der Hünemeyer. Aber wer ihn haben möchte, kann auch vom Transfermarkt aktiv werden. Dann kaufen wir mal noch ein Bronze-Pack dazu. Mensch. Und es Uwe direkt doppelt. So, ein polnischer ZOM, das ist Mistkowski. Die 63. Des Weiteren haben wir Jaysian, Dembélé, Heldstrup. Spielerverträge, Saarbrücken, Wappen, Waterford, FC Portmau, Stadion, Thema, Salford City und Crew, Alexander ist ein Duplikat. Wenn wir schon dabei sind, können wir die 24 Stunden nutzen und die Vorschau nochmal reingucken. Kaufe ich dann jetzt aber auch nur, wenn es wirklich was Gutes ist. Rechter Außenverteidiger, Christi. Grill. André Breitenreiter, aber das muss ich auch kaufen. Als Paderborner ist der Breitenreiter natürlich auch wichtig. Hier, welcher Verein ist das? In der Schweiz, oder? Egal, das Pack muss ich auch kaufen. André Breitenreiter führt keinen Weg dran vorbei. Christi O'Neill, Grill. Spielerverträge, Managerverträge, Ostende, Fuen, Lambrada, Salernitana, drittes Trikot, Orangen, Grün, Stadion, Thema, FC Siong. Ja, nehme ich alles. Dann haben wir jetzt auch mal mehr als drei Packs gekauft, aber konnte ich nicht Nein sagen. Gucken wir nochmal in die Vorschau. Das sind FIFA Points gehen hier drauf. Leute haben, die ich haben möchte, Frau Martinez, außerdem gern Perino Popsun Kontrolle. Nein, ich glaube, das kaufen wir uns dann mal nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.